Diese Gala mehr finde ich echt cool. Team Deathmatch. Team Deathmatch. Ah, das fängt ja super an. Gibt es die überhaupt Drohne? Ja klar, aber macht die wirklich was? Das ist die Frage, ne? Digga, ich habe keine Ahnung, was HRZ ist. Keine Ahnung, was HRZ sein soll. Ich habe keine Muni mehr. Witzig. Nachladen mache ich. HRZ zu Boden gebracht. HRZ Unterstützung. Was ist HRZ, Alter? HRZ unter Beschuss. Ach, das ist dieses mit einem Typ ist quasi die Flagge und die müssen wir killen. Ich habe hier gar keine Killstreaks, sehe ich gerade. Deswegen meinte ich auch das gerade eben mit Drohne. Ich habe hier gar keine Drohne oder so, okay? Ist entspannt, das heißt auch kein Heli und so. Ist ja eigentlich auch mal was Positives, ne? Würde ich jetzt erstmal sagen. Ist ja was Positives. Abschießen. Als ob. Hufschrauben im Gebäude auch schwierig. Quatsch. Quatsch mit Soße, ist perfekt. Sieg. Digi. Wieder eine Zweierquote. Es waren nur elf Kills, aber ey. Elf Kills sind elf Kills. Gala war ich eben die ganze Zeit gut. Oh Junge, das war... Das war... Okay. Vielleicht muss ich gleich doch den Griff wieder ändern. Der Griff war... Das war gerade hart. Keine Muni mehr! Feind ausgelöscht. Feind ausgelöscht. Einfach ausgelöscht habe ich den. Das gehört. Aus... Ausgelöscht. Eingetütet. Eingetütet. Von hinten. Hehe. Sprengfalle. Kannst du mir sagen, was du willst. Die Lobbys sind sehr viel einfacher als... Äh... Die Tage. Kannst du mir erzählen, was du willst. Die sehen nicht alles. Zielen nicht wie Gott. Also die sind schon gut, klar. Aber... Die sind auf jeden Fall nicht so krass wie die... Guck mal. Die sind auf jeden Fall nicht so krass wie vor einer Woche. Also wenn das so bleibt auch im finalen Game, dann könnte ich mir sogar vorstellen, das Spiel, das finale Game zu spielen. Ey, ganzes Magazin drauf geballert. Einfach nur daneben geschossen. Gerade wenn da zwei, drei Gegner sind. So sch... Alter Schwede. Die Lobby ist ganz anders als in den letzten Tagen. Ganz anders, sag ich dir. Ganz anders. Ganz anderer Schmack als die letzten Tage. Ganz anders, Alter. Das waren fünf Kills hintereinander. Alter. Ich nachgeladen, ey. Alter Schwede. Er ist am rumspringen wie ein... wie ein Flo. 23, 15. Guck mal, wer ganz oben ist. Der Lou. Hey. Team Deathmatch. Oh, ist wieder Abschuss. Nee, Team Deathmatch. Let's go. Haha, wie direkt eine Sprengfalle. Direkt Sprengfalle für den Lou. Haha. Hier oben ist immer gefährlich. Hier kommen die ganzen Granaten rein. Neurogas. Let's go. Neurogas. Spreng... Guck dir, ich hab dir gesehen, wie viele Punkte nur durch meine Fallen. Hehe. Der Fallen-Lou. Der Fallen-Lou. Der Fallen-Lou. Wenn dir gleich einer hochkommt, wird direkt abgeballert. Camper-Lou und Fallen-Lou. Shit. Haha. Hallöchen. Hast du dir so gedacht, ne? Dass du hier hochkommst? Ne, 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 ne. So nicht, mein Jutster. Hallöchen. Hier bin ich. Hier bin ich. Da war meine Granate. Camper-Lou in Chat, Alter. Der Camper-Lou ist back. Back in the hood. Back on the hood. Boah, hier das hinsetzen, das wär geil. Hallöchen. Bin geblendet. So nicht, mein Jutster. Nicht mit dem Commander. Ah, Mann. Der liegt da oben. Macht ein Dickerchen. Pass selber auf, wo du hinschießt. Der kommt einfach von oben. Was? Und der killt mich. Das glaub ich nicht. Sprengladung. Ja, schön aufpassen, ne? Bleibt ruhig. Bleibt ruhig. Bleibt ruhig. Sieg. Digga, 24-11. Ich sag's euch, das läuft viel besser als letzte Woche. Gala mag ich. Wer oben hin will, stirbt. Nicht nachlassen, Leute. Es ist wieder am lägen. Wir haben ihr HRZ ausgeschaltet. Leute, HRZ ausgeschaltet. Wir haben ihr HRZ ausgeschaltet. Wir haben ihr HRZ ausgeschaltet. Beschützt das Paket. Beschützt doch mal das Paket, Leute. Beschützt es doch mal. Wo sind die, Alter? Keine Muni mehr. Perfekt. Wir haben unser HRZ. Feindliches HRZ ausgeschaltet. Ausschalten. Beschützt unser HRZ. Keine Muni mehr. Perfekt. Keine Muni mehr. Kann ich nicht hier eine Waffe klauen, irgendwie? Von allem? Hier. Jackal. Danke. Ich bin der HRZ unter Beschuss. Er wurde eliminiert. Feind scheint tot zu sein. Verbündetes HRZ vor Ort. Beschützten. Looker. Mit, äh. Digga, wer spielt denn mit der Waffe, Alter? Mit Laser und triffst gar nichts. Digga, muss auch schießen. Dass wieder die, äh, die Granate aufge... Oh, oh. Die Granate wieder aufgefüllt wird, fühle ich richtig. Das hier, äh, dass meine Granate wieder aufgefüllt wird, fühle ich richtig. Aber da ich keine Munition mehr habe, das fühle ich nicht so. Da ich keine Munition mehr habe, das fühle ich nicht so. Boah, fast mit der Pistole gekillt. Hehe. Digga, die Granate. Haha, Sprengfalle, Leute. Sprengfalle. Wie können wir zurückfallen? Ich mache hier die, die Mörderrunde meines Lebens, Alter. 24, 7 und wir verlieren? Steven auch, Alter. Steven und ich haben die Lobby geowned. Ich will so ein richtig geiler Sprengmeister werden. Der beste Sprengmeister EU-West. Ich will ein Sprengmeister sein. Die schießen von oben die Säcke. Von hier treffe ich gar nichts. Vergeltung, Reittier, Retter meine ich, Kombinatorik. Geil, Alter. Ich bin alles. Bestimmt kommt gleich einer von hinten. Ich sehe es doch. Ich gehe mal hier auf die Seite. Noll. Digga, wenn hier Streaks wären, ne? Ich würde ja so gut sein. Aber die Leute können ohne Streaks, glaube ich, nix. Die Leute, die hier ohne Streaks spielen, sind einfach scheiße. Also, nicht alle, aber. Ich habe keine Muni mehr. Kann ich mir deine Waffe klauen, Digi? Ja. Sprengfalle in Position. Sprengfalle in Position. Ja, Maulwurf unter uns. Als ob. Also, das verstehe ich manchmal nicht. Ich gebe dem vier gute Hits und er ist nicht down. Ey, dass dieser Sprengmeister, wie das ist, dieser Wachmeister, dass ich immer wieder neue Sprenggranaten bekomme, gefällt mir richtig gut, Alter. Sieg. 18-7 ist okay. Ah, guck mal, ist wieder mit diesem ZHV-Ding. HLZ unter Beschuss. HLZ unter Beschuss. Digga, schieße schnell. Digga, schieße schnell. Schnellfeuer, mega gut. Schnellfeuer, mega gut. Aber dafür ist aber ganz schnell mein Magazin leer. HLZ unter Beschuss. Ich wiederhole. HLZ unter Beschuss. Meine, wir haben uns mit Neurogasen... Schön, dich wiederzusehen, Arschloch. Wir haben hier HLZ ausgeschaltet. Weitlich ist HLZ lokalisiert. Funny ist HLZ. Alter, wie viel Leben hat er, Typ. Hat ein HLZ einfach mehr Leben irgendwie. Kann das sein? Läuft einfach mittendrin rum. Die Sprengfallenabschüsse, Leute, liebe ich aber auch. Die liebe ich aber auch anders. Digga, wie viel hält der denn aus? HLZ gekillt. HLZ gekillt. Niederlage. Digga. Hat wieder eine super Runde. Aber nicht einen HLZ-Abschuss. Ich glaube, man muss echt mehr auf die HLZs gehen. In der Runde. Hier, ich fühle mich hier gar nicht wohl, sag ich dir. Die können hier von überall kommen. Eingetütet. Eingetütet habe ich. Als ob. Also manchmal bin ich auch echt unfähig. So oft einfach unfähig. Ich gehe auf jeden Fall hoch, Mann. Boah, Magazinerweiterung. Jetzt habe ich ja übel viel Dings vom Magazin. Sehr geil. Ach, wieso lade ich denn direkt nach? Das kann ich mir echt jetzt schenken. Geil. Fällt mir richtig gut. Oh, das war nicht so gut. Wieder da. Hallo, Steven. Also ich muss sagen, hier oben liebe ich es. Hier oben fühle ich es. Okay, hier ist keiner mehr. Das heißt, ich komme jetzt alles von rechts. Meine Gasfine wurde aus. Nein, nicht. Wieso lade ich nach, Mann? Sprengfalle in Position. Na, das war eine super Sprengfalle. Das war eine super Sprengfalle. Oh, hat sogar geklappt. Wie geil. Ah, ich sage euch, Sprengfalle in Main, der Lou. Sprengfalle in Main. Da werde ich sauer. Ja, so. Das hier meint in Position, ihr Säcke. Neurogas eingesetzt. Sieg. Ach, als ob. Habe ich meine eigene Miene gerade gekillt? Auch fast gekillt. Was soll ich machen? Das HZ ist da. Glaube ich. Wenn wir dieses Nachladen, muss ich mir echt abgewöhnen, Mann. Ey, da auf die Reling stellen, ist voll clever. Oha. Oder? Komme ich hier auch rüber? Ne. Ich habe es nicht geschafft, den zu killen. Sieg. Guck mal, Dreier-Kadet. Nicht viele gekillt, aber auch nur fünfmal gestorben. Den laufe ich mir natürlich nicht nähen. Digga, wie viele Eliminierungen habe ich da gerade bekommen. Ja. Ich fand's passt. Oh, das ist ein Aufs frontline.